Willkommen auf der Rundfahrt in Berlin. Neue Sehenswürdigkeit. Wir stehen jetzt an der Wilhelmsstraße und fahren mal zum Badenburger Tor. Da nehme ich euch mit. So links ist unser Finanzministerium. Ihr habt ein Seh da drüben, alles voll Trabbi. Trabbi-World. Trabbi-World. Oh, konstanter Platz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Berlin ist eine reine Baustelle Und die Prachtstraßen sind alle kaputt Aber guckt euch die Kulisse da vorne an Wir fahren direkt aufs Vanburger Tor Und natürlich im Trabant Wenn man richtig guckt zwischen der rechten und der linken Säule da Am rechten Rand Sieht man die Goldälse Ich denke, ist schon fein, oder? Ja? 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 Hier vorne müssen wir wenden, sonst kriegen wir Ärger Genießt den Blick Ja? Ja?